Guten Tag zusammen, in diesem Video will ich einmal kurz Primal Fury und seine Features vorstellen. Einfach mal ein bisschen Eindruck davon geben, was bekommen wir hier. Lohnt sich das auch wirklich für das Geld? Ich gehe da auch gleichzeitig auf das Wolf Update ein. Dieses Wolf Update hat ja auch viele Dinge gebracht. Wenn ihr mal das Ganze live in Action sehen wollt, dann schaut einfach mal in die Beschreibung. Da habe ich euch eine Let's Play Playlist verlinkt, wo ich in ein paar Parts einfach mal so die Grundlagen durchhaue. Das ist ein Vorstellungs-Let's Play, da kann man auf jeden Fall ein paar Sachen finden und das Ganze nochmal live in Action sehen auf so einer kleinen Map. Wenn ihr sonst noch irgendwie Hilfe bei Age of Wonders 4 braucht, ich habe alle möglichen Tutorials gemacht. Die könnt ihr euch auch in der Beschreibung mal anschauen oder auch zu anderen Spieleindrücke oder Tutorials. Da findet ihr alles Mögliche. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Like gerne, subscribe, das hilft mir das Ganze voranzubringen. Reden wir jetzt nicht lange um den heißen Brei herum. Schauen wir uns mal ein paar Aspekte an. Ich versuche das Video kurz zu halten, um möglichst wirklich mal einen kurzen Überblick zu schaffen. Gehen wir erstmal die Fakten durch. Wir erhalten rein vom DLC eine neue Kultur, die urtümliche Kultur. Wir erhalten zwei neue Formen, die natürlich rein wieder kosmetisch sind. Wölfe und Ziegen. Beides zwei, beider nichts besonders spektakulärs dabei, kann ich jetzt schon mal sagen. Dann haben wir zwei neue Bücher, so wie es auch beim Drachen-DLC war. Beide sind so ein bisschen Nebel-Wasser bezogen. Einmal geht es halt um das Feentum und einmal um das Zauberbuch des Sturmgeborenen, wo ihr auch die Naga-Form finden könnt. Beim Feenbuch bekommt ihr die Dunstlinge, schrecklicher Name, und ein paar verschiedene nette Buffs, wie eine geringfügige Transformation eurer Kultur. Dann habt ihr vier neue Mounts, und zwar Mammuts, Elefanten, Säbelzertiger und Kokodile. Und noch sechs verschiedene Gegenstände, sag ich schon, Einheiten, die halt in der freien Welt euch begegnen können, ist jetzt nicht so relevant. Während ihr jetzt im Hintergrund relativ unbezogenes an Content seht, ich füge da einfach ein bisschen was ein vom Let's Play, Okay, kann ich noch sagen, es gibt auch noch ein neues Realm, also neue Map, sag ich jetzt einfach mal, diese neue Map, die könnt ihr da hinten nochmal sehen. Da haben wir verschiedene Attribute neu dazu bekommen, das halt ein bisschen auch wieder Wasserfokus ist. Und ihr habt den urtümlichen Zwist, der tatsächlich relevant ist, denn dieser urtümliche Zwist bedeutet auch eine neue Siegbedingung. Ihr könnt euch entweder mit den beiden Naturgöttinnen verbünden, oder sie beide umhauen, oder mit einer verbünden und die andere umhauen. Was ich eigentlich ganz nett finde, ist eine neue Siegbedingung, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann gibt es noch Interface-Skins, was ich jetzt aber auch nicht weiter in diesem kurzen Vorstellungsvideo erklären will. Zum Wolf-Patch will ich eigentlich nicht mehr zu viel sagen, auch das könnt ihr unten in der Beschreibung in meinen News-Videos finden. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, wie mir das gefällt mit dem neuen Pantheon hinzugefügten Dingen. Also wir haben da einige neue Sachen. Dann haben wir noch die Nekromantie verbessert, da sage ich auch nur ganz kurz meine Meinung dazu. Und den Rest könnt ihr euch eigentlich selber geben. Kopfgelder und so weiter gibt es da noch ein neues, also auch ein paar, ja sag ich mal, kleinere Mechaniken, die vielleicht ganz nett sein können. Wichtig ist halt, das kriegt ihr kostenlos ohne das DLC. Also selbst wenn das DLC nicht kaufen wollt, findet ihr vielleicht dann mit Wolf-Patch was, was euch nochmal zurückbringen könnte. Fangen wir also mal mit der Kultur an. Die urtümliche Kultur hat natürlich neue Einheiten, wo ihr T3, also auf den letzten oder der stärksten Einheit, eine Hellebaden-Einheit findet, die einen Sprung machen kann und die Feinde gut angreifen kann. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Hellebaden-T3 hatten wir bisher noch nicht, also auf den stärksten Einheiten-Tier, das man in der Kultur bauen kann. Außerdem habt ihr, wie ihr dann sehen könnt, verschiedene Tiere als euer Fokus oder Totem-Tier zu wählen. Die geben euch dann auch verschiedene Affinitäten und geben euch verschiedene Boni für verschiedene Geländegebiete. So zum Beispiel die Spinne gibt uns Forschung für Pilzwälder im Untergrund. Der Aschensäbler gibt uns für Aschenlandgebiete Gold dazu und so weiter und so fort. Dazu kann ich schon mal direkt sagen, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ihr habt natürlich damit einfach einen gewissen Wiederspielwert, könnt ihr einfach alles mögliche mal ausprobieren. Es ist natürlich strategisch seicht, sage ich ganz offen. Es ist halt keine krasse neue Mechanik. Die haben alle die gleiche, sage ich mal, Greif-an-Tu-Kriss-on-Stack-Mechanik, wodurch ich verschiedene Dinge wieder auslösen kann. Aber jetzt nichts, was wirklich kaskadenartig jetzt massive Vorteile bringt. Aber es ist halt schon gerade für Wiederkehrer sehr interessant, dass ihr durch diese Kultur verschiedene Zugänge habt mit diesen sieben Wesen. Letzter Punkt, den ich dazu noch erwähnen will, ich will jetzt nicht jede einzelne Einheit durchgehen, ist halt, dass ihr einen Zauber bekommt, den ihr immer bekommt von dieser Kultur. Und das ist diese urtümliche Tierart, also zum Beispiel Mammutspinne und so weiter, beschwören. Und das könnt ihr für extrem wenig im Kampf beschwören, als Kampfeinheit wirklich, was extrem übertrieben stark ist. Ich glaube auch, dass das nochmal balanciert wird und nicht so gedacht war, weil ihr könnt dieses urtümliche Tier mehrfach beschwören. Und das auch relativ früh mit einem Zauberherrscher zum Beispiel, auch sehr krass, was diese Fähigkeit extrem stark macht. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich würde mir halt wünschen, dass jede Kultur so einen krassen, im balancierten Zauber hat, weil das eben die Variationen, vor allem das Spielgefühl, wesentlich einzigartiger machen würde. Ist halt nicht der Fall bei den anderen Kulturen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwann entfernt wird. Handeln wir dann schnell noch die Reittiere ab. Da gehe ich auch nicht ganz großartig drauf ein, während dieser Kampf abläuft. Sage ich einfach mal meine Meinung. Es ist halt fluff, nichts anderes in meinen Augen. Ihr habt halt wieder vier verschiedene Traits, ihr wählen könnt. Jetzt bringe ich einfach mal Mammut und Elefant als Beispiel. Das Mammut bringt zehn Lebenspunkte und ein bisschen Frostresistenz. Und der Elefant 15 Lebenspunkte, plus, dass ihr kleinere Hindernisse überrennen könnt. Halt nichts Besonderes. Es ist halt natürlich ein bisschen mehr vom Gleichen oder sehr wenig vom Gleichen. Das bekommt ihr halt dazu. Und dann, ja, wenn Mounds dann Spaß machen rein vom Aussehen, natürlich immer eingeladen. Aber so mechanisch gesehen bringen sie jetzt nichts Neues gegenüber den alten Mounds, das sie jetzt besonders hervorstechen lässt. Das ist einfach so, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Das ist eher so, ja, guck mal, wir haben ja auch noch Mounds eingefügt, damit wir sagen können, wir haben noch mehr getan. Aber es ist natürlich mehr desselben. Mehr HP hatten wir schon durch den Bären bekommen. Mehr HP hatten wir auch schon andere Reittiere bekommen. Es ist dann ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Die Zauberbücher gucken wir einfach mal direkt in das Kompendium oder die Enzyklopädie. Wir sehen, wir können Dunstlinge, das ist eine T3-Einheit, beschwören, die eine Plänkler-Einheit darstellt. Beide Einheiten, die ich in diesem DLC bekomme, sind Plänkler-Einheiten, ergänzen sich also sehr gut. Kann ich auch nochmal hervorheben. Die haben dann tatsächlich auch interessante Fähigkeiten. Zum Beispiel schlägt die Einer zu und teleportiert sich dann drei Felder zurück und kann mit seinem Feen-Trick nochmal negativen Statuseffekten zufügen. Hat sich sehr schön gespielt, hat auch sehr viel HP, ist sehr widerstandsfähig, trotzdem sehr flexibel. Fand ich extrem gut auch schon, weil ihr hier verschiedene Damage-Ipes habt, die ihr eben auch durch eure Tiereinheiten auch manchmal modifizieren könnt. Hier jetzt eben Blitz, Gift und physischen Schaden, was eine sehr coole Sache darstellt. Ansonsten haben wir noch was, um Support-Einheiten zu buffen, Heilungen dabei. Wir haben Nebelwolken zu platzieren, was ja auch so ein bisschen das Neue ist. Wir können nämlich Nebel platzieren, der die Nahkampf- und Fernkampf- und Magieangriffe, wenige, treffsicher macht, kann bis zu 60%, wie ihr seht, gesteckt werden. Und dann haben wir eine neue Transformation, die eben Arctis des Feen-Wesens gibt. Wenn wir dann verdeckt sind oder uns in einer Nebelwolke befinden, kriegen wir einen zufälligen positiven Startseffekt. Auch ganz nett. Ansonsten, das selbe Thema zieht sich hier durch. Und wir haben den Feen-Wasserteig, der einen sehr schönen Visual hat, denn unser Gesamtgebiet der Stadt wird auch neblig. Ansonsten ist es eine nette Sache, mehr Mana pro Försterei. Ist okay. Ist ganz in Ordnung. Das wäre das Buch. Dunsting, wie gesagt, super. Kann ich nur empfehlen, einfach mal zu spielen. Macht sehr viel Spaß, sehr stark. Kann man sehr gute Strategien auch draus bauen. Und da als Plänklereinheit natürlich auch sehr geeignet. Natürlich weitaus stärker und weitaus prägnanter ist natürlich das Buch des Sturmreiters auf T4. Kommt also relativ spät im Spiel. Ihr seht auch, beides hat Natur und Astral als Affinität. Und hier geht es halt darum, dass wir erstmal Wasserprovinzen buffen können mit einem anhaltenden Stadtsauber und mit einem neuen Bauwerk, die halt ein paar Ressourcen dazugeben. Ist ganz nett. Finde ich auch eine coole Sache, dass man das tut. Hätte man vielleicht sogar ein bisschen weiter gehen können, aber ist auf jeden Fall schon mal eine nette Sache. Ansonsten geht es hier um diese erhebliche Volkstransformation, die uns tatsächlich, und das ist ja das Ironische dabei, verhindern oder uns nicht mehr ermöglichen, unsere Reittiere zu benutzen. Ihr seht das unten. Wir können keine berittenen Einheiten oder wir können nicht mehr Reittiere haben. Die verlieren wir alle. Das widerspricht natürlich der Idee, dass ich mehr Reittiere habe. Aber ist halt so. Dafür kriegt ihr extrem viele Buffs, die hier sehen können, was sehr cool ist. Sieht auch visual, also rein vom Artwork und so weiter, wirklich toll aus. Kann ich deswegen nur empfehlen und bringt natürlich massiv starke Fähigkeiten. Allein ein Schlüpfen würde schon reichen, um es zu rechtfertigen gegenüber anderen erheblichen Transformationen, weil es halt eine kleine Unsterblichkeit gibt. Aber wir haben auch noch eine hohe Geschwindigkeit und so weiter. Es ist schon sehr viel, was man bekommt, was auch sehr mächtig ist. Das nächste Mächtige, was wir bekommen, ist die Sturmbringerin. Extrem starke Einheit. Ich habe sie jetzt ausprobiert. Sie ist wirklich super stark. Durch die Sturmstöße, die einen AOE-Effekt haben, die wiederholbar auch einen AOE-Effekt haben, kriegen wir 20% des Schadens immer verteilt auf alle Gegner in einem gewissen Bereich. Und wir haben wie bei der Kanone, das ist wichtig jetzt zu verstehen, wie bei der Kanone von hier, wie heißt es nochmal, diesen anderen DLC auf jeden Fall, da war es so, dass diese Kanone für drei Aktionspunkte einen Linienschuss macht. Diese Einheit hier kommt einfach auf T4 an und hat einen Linienschuss für eine Aktion, trifft immer und kann elektrifiziert hinzufügen und macht damit potenziell, ihr seht ihr jetzt, 28 mal drei Schaden. Extrem stark, mit Nagerform komplett und mit Buffs komplett übertrieben. Extrem, extrem stark und wichtig ist, ist eine T4-Einheit und sie ist trotzdem eine Plänkler-Einheit. Das heißt, wir können sie auch noch massiv buffen. Das ist in meinen Augen hier vom DLC das absolut stärkste. Macht Spaß, ist extrem stark, wenn man gut drauf hinspielt und kann natürlich ganze Armeen auseinandernehmen. Da konnten die ganzen von den anderen DLC, den großen DLC in Anführungszeichen, nicht mithalten. Diese Einheit ist gigantisch stark. Bisher finde ich persönlich mit die stärkste auf ihrem Tier-Level, die man im DLC bekommen hat. Vielleicht sogar die stärkste, die man generell kriegen kann, wobei da will ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ansonsten könnt ihr auch eure Helden dann diese AOE-Effekt von eurer Waffe geben, was auch eine coole Sache ist. Und als letztes kriegt ihr noch einen Blitzsturm, der die gesamte Kämpfe verzaubert und halt wirklich da auch nochmal schön AOE raushaut. Also dieses Buch ist wirklich super cool, kommt natürlich auch spät, aber ist einfach ein absolutes Powerhouse. Finde ich eine sehr coole Addition. Trotzdem natürlich wieder das Kaviat, ja es ist halt ein bisschen mehr vom Gleichen. Es ist nichts, da gibt es keine neue krasse Mechanik. Es ist natürlich ganz klar mehr vom Gleichen. Ein bisschen mehr Ressourcen, ein bisschen mehr dies und das. Nichts irgendwie Neues an krassen Fähigkeiten, krassen Mechaniken. Das gibt es hier einfach nicht. Und das war es eigentlich schon mit dem DLC tatsächlich. Weil ich das Wurf-Update ja noch mit reinbringe, haben wir noch ein bisschen was zu sagen. Aber eigentlich war es das mit dem DLC. Und ich kann da jetzt schon mal meine Meinung zu sagen. Ich finde natürlich, es sind 10 Euro, ja. Also wir wollen jetzt für Preis-Leistung sprechen. 10 Euro ist es in Ordnung. Ist allerdings jetzt auch bei weitem nicht überwältigend. Wir haben halt zwei coole Bücher, das kann man nicht sagen. Auch die Kultur ist ganz interessant. Aber wir haben natürlich nichts, was jetzt massiven, großen, neuen, mechanischen Pooler reinbringt. Weswegen Spieler sagen, okay, da muss ich jetzt nochmal 10 Runden in Age of Wonders 4 spielen. Das war beim großen DLC, fand ich damals sogar noch schlimmer. Deswegen merke ich mir auch nie den Namen davon. Aber Empire sind Ashes genau. Aber hier ist es auch ähnlich. Es sind coole Bücher, man kann damit mehr spielen. Man macht da wieder ein, zwei Ründchen. Auch mit der neuen Map, die ja ganz okay ist. Wobei Inseln hier auch nicht so super generiert sind. Aber ansonsten habt ihr immer dasselbe. Also ihr habt nicht viel Neues, sondern viel Gleiches vom Alten. Und das wird die Spieler jetzt nicht in meinen Augen massenweise zurückholen. Oder massenweise hier ins Spiel reinbringen. Weil ihr natürlich nichts habt, was sonst irgendwie Erkundung ergänzt. Nichts habt, was irgendwie das Spiel verändert. Wenn ihr nicht gerade diese Kultur spielt. Und selbst dann sind es ja vor allem Zahlen, die ihr verändert. Und halt ein paar neue Einheiten, die ihr dazu bekommt. Und wenn ihr jetzt die Kultur wegdenkt, dann bleiben halt die Bücher. Und die sind ganz cool. Und diese Imba-Fähigkeit von der Kultur ist auch sehr cool. Und dass man halt die Variation hat. Aber das war's. Es ist mehr vom Alten, mehr vom Gleichen. Nichts anderes. Jetzt gehen wir mal während der ganze Zeit quatschen. Gehe ich mal, bin ich ins Pantheon gegangen. Und sage nochmal kurz was zum Wolf-Update. Ihr habt neue Pantheon-Zweige. Ihr seht, hier oben habe ich auch noch nicht alles freigeschaltet. Dann habt ihr unten nochmal einen neuen Pantheon-Zweig. Wo ihr ein paar Skins für eure Reittiere freischalten könnt. Hier eine neue Anpassungsoption. Und einen neuen Society-Trade. Druidisch Terraformer. Eine ganz coole Geschichte eigentlich. Fokus auf Elementare. Und gibt einfach so flat ein paar nette Buffs. Finde ich eine ganz coole Sache. Leider nur einen Society-Trade. Aber immerhin. Das wäre tatsächlich eigentlich schon alles, was man hier bekommt. Also diese Skins und halt diesen Terraformer. Plus oben noch einmal so ein Waffenset. Und mehr eigentlich auch nicht. Was man allerdings noch bekommt. Da muss ich auch ganz kurz einreden. Ist eins der coolsten Sachen. Aber wiederum ist nicht vom DLC. Das ist vom Patch. Das kriegt ihr umsonst. Und zwar könnt ihr eure Einheiten ja jetzt auf... Oder eure Helden, wenn ihr gewinnt, aufsteigen lassen. Und ja, die behalten dann tatsächlich ihre Transformationen. Ihr seht hier, ich habe meinen Halimar aufsteigen lassen. Der hat seine Nagergestalt jetzt behalten. Und seine geringfügende Transformationen auch noch. Das heißt, wenn ihr den jetzt wieder als Herrscher nehmt, wird er selber natürlich nur nicht die ganze Kultur. Aber er selber diese Fähigkeit behalten. Das heißt, er wird damit starten, dass er extrem schnell ist. Dass er einmal unsterblich werden kann. Immun gegen Sachen ist. Und so weiter und so fort. Und das könnt ihr mit allen erheblichen Transformationen machen. Wobei Nager glaube ich mit die stärkste ist, die man als individuelle Heldeinheit benutzen kann. Und ihr bekommt auch noch jegliche geringfügige Transformationen. Das heißt, hätte ich hier eine riesige Liste an geringfügigen Transformationen, hätte ich die tatsächlich auch alle mitgenommen. Finde ich genial. Noch bei weitem nicht Planetfall-Niveau vom Empire-Modus. Aber ist natürlich schon mal in die richtige Richtung. Denn damit ist unser Held jetzt einzigartiger geworden. Weil er in der nächsten Runde halt mit krassen Buffs anfängt. Und das Spiel tatsächlich, der einfacher macht, nee, einfach anders macht. Also man hat mehr Bezug zum Helden. Nenmer kriegt auch noch eine Aufstiegsfähigkeit. Je nach Affinität, die ihr habt, kriegt ihr verschiedene Aufstiegsfähigkeiten zur Wahl. Spielt ihr den jetzt nochmal, könnt ihr die auch austauschen. Und die sind schon prägnant. Ich habe jetzt einfach mal aufgestiegenes Lauffeuer genommen. Ihr seht, Brennen verursachen 20 Schaden. Und es springt auf angrenzende Einheiten für immer weiter, solange da nebenan eine Einheit steht. Extrem cool, weil es eine Variation erhöht. Es gab auch andere wirklich ganz coole Fähigkeiten. Und die nehmt ihr halt ins nächste Spiel mit. Und dadurch wirkt es halt einzigartiger. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nochmal, ist kostenlos. Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich noch kein Empire-Modus. Aber gefällt mir schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und als letztes noch, oder als großes Ding zumindest, die Nekromantie-Änderungen. Ihr habt jetzt das Zauberbuch der Nekromantie direkt in T1. Nicht mehr so, wie es vorher war. Sondern ihr könnt jetzt den Nekromanten doch beschwören, der ja vorher eine T3-Einheit war, jetzt eine T2-Einheit ist. Noch immer eine Unterstützungseinheit natürlich, das ist ganz klar. Auch die gleichen Fähigkeiten, meine ich, noch hat. Aber halt früher kommen, was ein bisschen thematisch netter ist. Und ganz wichtig, ihr habt jetzt die Skelett-Wiederbelebung. Ihr könnt jetzt nicht mehr vorm Kampf irgendwie Skelette bauen. Sondern, wenn ich das einfach mal hier zeigen kann, ihr geht zu einem Stack hin, tötet dieses Stack. Und wenn es dann volkseigene Einheiten gibt, wie hier diese extra-haften Berserker, könnt ihr schließen. Und wird jetzt dazu aufgerufen, neue Einheiten zu erstellen. Dabei kann es Skelett-Bogenschützen geben, weil das jetzt Plankler waren. Dann können das auch Kampf-Magier sein, die dann eben zu Skelett-Magiern werden. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Skelette sind nicht einfach nur noch Piekenträger, sondern auch eine große Variation bekommen. Sehr cool, finde ich. Und ihr könnt mit späteren Büchern auch größere Einheiten beschwören. Oder größere Einheiten wiederbeleben. Das geht bis zum Knochendrachen. Was ich extrem cool finde, dass ihr da wirklich verschiedene Einheiten habt. Ich glaube, dieser Knochen-Horror, der vorher halt in dem ersten Buch drin war, den könnt ihr dann als zweite Stufe beschwören. Und dann den Knochendrachen halt. Was extrem lustig ist. Und wie gesagt, ihr könnt hier jetzt auch die Variation einstellen. Und zack, habt ihr einfach mal schön eine Einheit, zwei Einheiten, sogar mehr. Einfach durch einen Kampf kämpfen. Wirkt extrem stark und thematisch natürlich. Es ist, glaube ich, auch wieder so eine Fähigkeit, die ein bisschen zu stark ist. Aber natürlich für Spielen richtig cool. Genau solche Mechaniken, das habe ich ja eben schon erwähnt, brauchen wir in diesem Spiel krasse Mechaniken, sodass sie sich krass anfühlen und man die auch sehr, sehr gerne krass spielt. Das war jetzt eigentlich schon alles, was man so wissen muss. Ich ergänze nur noch ganz kurz, dass man jetzt Helden nicht mehr über die Stadt der Städte rekrutieren kann, sondern alle zehn Runden und dann immer fünf Runden mehr rekrutieren kann. Also zehn, 25, 45 und so weiter. Könnt ihr euer Helden-Limit erhöhen. Finde ich auch eine coole Änderung. Definitiv gut. Schlecht ist, dass ihr die Einheiten oder die Helden nicht mehr zusammen in einem Stack entlang bringen könnt. Aber ich finde diese Änderung auch noch ganz cool. Nur am Rennen noch merkt. Ja und das war es eigentlich. Das ist alles, was man sagen kann. Auch schon meine Meinung. Ich finde den Patch wieder gut. Genauso wie ich ihn schon bei Empires und Ashes richtig gut fand. Denn mit Nekromatie, der halt viel bringt, der viele neue Sachen dazu entdeckt oder dazu bringt, die halt beim DLC in meinen Augen für das Geld, was man da bezahlt, nicht so geliefert werden. Ihr kriegt natürlich coole Bücher. Es ist mehr vom Gleichen, aber es bringt keine neue Mechanik rein, wie ich eben sagte. Und damit ist es wieder more of the same. Und ihr habt nicht irgendwie großes, ja, sag ich mal, große Neigung dazu, das Spiel ist noch 10 Mal zu spielen. Für den Patch eher sogar, wie gesagt, als für den DLC. Auch wenn ich die Sturmbringer-Einheit liebe und denke, dass sie für jedes Spiel einfach immer richtig Spaß macht, weil sie extrem krass ist. Naja, könnt ihr mir ja eure Meinung mal sagen. Jetzt habe ich es zumindest auch mal abgehandelt, euch mal ein bisschen das vorgestellt. Meine Meinung dazu gesagt. Wie immer danke ich fürs Zuschauen. Gebt gern Like, Subscribe und kommentiert gerne vor euch hin, was ihr davon haltet. Vielleicht habe ich auch völligen Schwachsinn gelabert, wie immer. Naja, danke fürs Zuschauen. Haut rein.